Mein Name ist Ayrton Goncalves da Silva, aber in Bremen, ein paar Monate oder ein oder zwei Jahre danach, alle Leute sagen, das ist kein Ayrton, das ist Kugelblitz. So schnell, ohne Ende, ja, was sagt man, 45 Meter ist es immer relativ so, so schnell. Vom Frühjahr habe ich viele Tore gemacht, mehr Kontraspiel und wenn es laufen, kein Schatz für die Abwehr oder so. Danach kam dieser Spitzname Kugelblitz und ja, das sind tolle, tolle Namen. Und ja, alle Leute wissen, in Deutschland Ayrton Kugelblitz ist unglaublich schnell. Jetzt noch schnell, ein bisschen mehr, ein paar Kilo zugenommen und wenn sie spielen mit Werder Tradition Mannschaft auf dem Platz ist, habe ich noch schnell.